Hey, du hast schon wieder dich gesaugt. Hier der Staubsauger. Musst du dich um alles zehnmal bitten, oder was? Du hüllst mir mit nix. Wir haben 2020. Es kann nicht sein, dass ich hier den ganzen Haushalt alleine machen muss. Wer bin ich denn? Deine Putzfrau, oder was? Und wo warst du gestern Abend? Guck dich mal an, wie du aussiehst, ey. Und ich? Ich bin die ganze Zeit trotzdem mit dir zusammen. Obwohl, ne? Wollen wir mal nicht reden, was mit dir los ist schon wieder. Guck mal, wie versifft das hier ist. Du hast schon wieder dich abgewaschen. Kein Wunder, dass deine Mutter nix mit dir zu tun haben will. Du bist so dreckig. Wieso bin ich noch mit ihr zusammen? Die macht mir nur Vorwürfe und ihr Essen schmeckt wie Biomüll. Ihre Familie hasst mich, sie schnarcht wie Sau und sie gibt meine ganze Kohle für Klamotten aus. Wieso bin ich überhaupt noch mit ihr zusammen? Ich sollte hier und jetzt Schluss mal abnehmen. Wieso bin ich noch mit ihr? Ich werde mich noch mit ihr. Ich werde mich noch mit ihr. Ich werde mich noch mit ihr. Bis zum nächsten Mal.